Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr Mädchen? Abonniert mich einfach! Die magische Verbindung – Natur und Schutzengel in einer Geschichte Der Schutzengel der Natur Lotte war ein kleines Mädchen in einem kleinen Dorf am Fuße eines großen Berges. Sie liebte die Natur über alles und verbrachte jede freie Minute damit, durch den Wald zu streifen und Tiere und Pflanzen zu beobachten. Eines Tages sagte sie sich, ich will den Berg besteigen, von dem ich immer geträumt habe. Sie packte ihren Rucksack mit Proviant und einem Notizbuch, in dem sie ihre Beobachtungen festhalten wollte, und machte sich auf den Weg. Der Aufstieg war beschwerlich, aber der Blick von oben entschädigte Lotte für alle Mühen. Sie sah weit über das Tal und entdeckte viele seltene Pflanzen und Tiere, die sie in ihrem Notizbuch festhielt. Auf dem Rückweg traf Lotte einen alten Mann, der in einer Hütte am Fuße des Berges lebte. Er erzählte ihr, dass er vor vielen Jahren ein berühmter Naturforscher gewesen sei und sich nun zurückgezogen habe, um in Ruhe die Schönheit der Natur zu genießen. Lotte war begeistert von den Geschichten des alten Mannes und beschloss, ihm zu helfen, indem sie ihre Beobachtungen und Aufzeichnungen mit ihm teilte. Von diesem Tag an besuchte Lotte den alten Mann regelmäßig, und gemeinsam erforschten sie die Natur des Berges. Bei einem Spaziergang durch den Wald geschah etwas Seltsames. Lotte bemerkte plötzlich, dass sie die Stimmen der Tiere hören konnte, die um sie herum sprachen. Sie war überrascht und beschloss, ihre neue Gabe zu nutzen, um die Tiere besser kennenzulernen und ihnen zu helfen. Lotte half den Tieren, indem sie ihnen sagte, was sie tun sollten. Sie fand heraus, dass die Tiere sie um Hilfe baten, weil ihr Zuhause in Gefahr war. Lotte beschloss, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um ihnen zu helfen. Oben auf dem Berg hatte Lotte einen atemberaubenden Blick auf die Umgebung, und die Tiere dankten ihr für ihre Hilfe. Von nun an nutzte Lotte ihre Gabe, um die Natur und die Tiere zu schützen und zu erforschen. Sie arbeitete mit dem alten Mann zusammen, der in der Hütte am Fuße des Berges lebte, und gemeinsam schrieben sie Bücher über ihre Entdeckungen und Abenteuer. Plötzlich bemerkte Lotte, dass eine Stimme aus dem Himmel zu ihr sprach und ihr sagte, dass sie ein Engel des Waldes sei. Sie bekam Flügel und eine unbeschreibliche Macht, mit der sie alles Böse fernhalten und die Natur beschützen konnte. Ein helles Licht vom Himmel verwandelte Lotte in einen Engel des Waldes. Als Waldengel hatte Lotte die Fähigkeit, die Natur und ihre Bewohner zu schützen und zu heilen. Sie nutzte ihre Gabe, um den Wald vor Bränden und anderen Gefahren zu schützen und den Tieren und Pflanzen zu helfen, wenn sie krank oder verletzt waren. Lotte arbeitete auch mit den Menschen zusammen, die in der Umgebung lebten, um sicherzustellen, dass die Natur respektiert und geschützt wurde. Lotte flog durch die Wälder und Wiesen und half den Tieren, die in Not waren. Sie sprach mit ihnen und sie verstanden sie. Lotte entdeckte viele Dinge, die sie noch nicht kannte, und schrieb alles in ihr Notizbuch. Sie gab den Tieren und Pflanzen Ratschläge und half ihnen, gesund zu bleiben. Durch ihre Arbeit als Waldengel wurde Lotte zu einer Art Botschafterin für die Natur. Sie reiste in die Städte und sprach vor Schulen und Gruppen, um die Menschen über die Bedeutung des Umweltschutzes zu informieren und zu inspirieren. Lotte hatte einen großen Einfluss auf die Welt um sie herum, und sie hatte das Glück, ihre Leidenschaft für die Natur in eine wichtige und sinnvolle Arbeit umsetzen zu können. Sie hatte vielen Tieren und Pflanzen geholfen und dazu beigetragen, die Natur für viele Generationen zu erhalten. Ich bin dein Vater. I love you. I love you. I love you. Yes, I do. I love you. 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 I love you.